So, willkommen zu dem Video. Wir haben hier ein Motor Rebuild von dem Motor hier. Das ist ein 1,4 Liter 16V. Der war hier in den blauen Lupo verbaut. Man sieht hier ganz klar den Kolbenkipper. Der hilft nur noch erstes Übermaß. Und die Buchsen sind auch mal ausgemessen, die Zylinderlaufbahnen. Und da sind wir bei einem Zehntel zu groß, was halt deutlich über der Toleranz ist. Der hilft jetzt aufgebaut werden, neu gewohnt werden, das volle Programm. Wir haben uns jetzt hier für die günstige Variante entschieden und haben einen Austauschmotor. Neue Kolben und Lager sowie alle Dichtungen sind auch neu. Und das seht ihr jetzt gleich in dem Zeitraffer, wie die neu gemacht werden. Die Kolben wurden schon mal verwendet hier in diesem Motor, bevor uns aufgefallen ist, dass quasi die Zylinderlaufbahn zu groß ist. wie der Zylinder欢 mensen sie in Helden formations haben. 을 Fund cheesy hin, ExcST Mur, Bild so haben sie die Klänge auch in der Здugh, die wir zeigen. überlegen und die Kräuter nach dem Zeitraffer daruten. hears weiß wurde dazu und memor värbatte, die Kohle beim angels nicht Die Blatt-und-undern verbre strabil시간. Daher Loser ist aika dumm der Herr만 B Click. Aber das ist da ist ja die Kräuterball. Musik 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 So, nachdem wir jetzt den Motor zusammengebaut haben, drehen wir noch einmal durch. Musik Musik Die Markierung am Zahnrad an der Kurbelwelle muss mit entsprechender Markierung auf der Ölpumpe übereinstimmen. Und zudem wird oben die Zahnräder von den Lockenwellen mit dem Absteckwerkzeug abgesteckt. Das muss halt perfekt fluchten mit Löchern, die dann im Zylinderkopf drin sind. Musik Passt. Musik 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 So nun kommt das Getriebe dran und wird verschraubt mit dem Motorblock. Nachdem jetzt soweit alles vormontiert ist, könnten wir den Motor in das Auto geben. So nun kommt das Getriebe dran. Jetzt ist hier auch noch die Ansaufbrücke komplett sauber. Das ist immer eine ziemliche Schweinerei, die sauber zu machen. Man sitzt hier schön daneben. Das ist bestimmt der Zahnliste, da reinzukommen. Aber man sieht halt schön, da kommt halt echt viel Ölschlamm raus. Das ist bestimmt der Zahnliste, da reinzukommen. 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 So, jetzt ist alles provisorisch zusammengesteckt und man könnte jetzt mal starten. Der erste Start ist einmal ohne angeschlossene Zündspule und beim zweiten schließen wir die Zündspule an. Dann sollte hoffentlich Öldruck vorhanden sein und der Motor startet. Ja, der aufmerksame Zuhörer würde genau an dieser Stelle oder auch schon beim ersten Versuch gehört haben, dass hier ein quieschendes Geräusch vorhanden war. Nach Öffnen der Verkleidung für den Zahnrieben sah ich dann folgendes. Ja, das Zahnriebenrad war lose und die Schraube ist gebrochen. So liebe Schraubefreunde, wie ihr schon wieder seht, ist der Kopf wieder ab. Beziehungsweise die Notenwellenhaube, aus dem einfachen Grund, die eingangsseitige Notenwelle hat sich nicht drehen lassen. Genau mittig sitzt ein Stift drin. Genau hier in dem Bereich. Der hat sich erledigt. Der ist nicht mehr vorhanden. Bei der Schraube da muss man nicht viel zu sagen. Ja, wir montieren jetzt den kompletten Motor und hoffen, dass die Ventile und die Kolben sich nicht berührt haben und das noch alles mechanisch in Ordnung ist. Ich sehe erstmal nichts, das sieht alles noch in Ordnung aus. Keine Beschädigung, nichts auf den ersten Blick. Heißt jetzt natürlich trotzdem nochmal komplett nachschauen. Ich hoffe, dass es so passt. Scheiße. Die Kolben sieht der Kolben aus und das ist quasi der erste auf der Seite vom Zargen liegen. Man sieht hier ganz klar diese Stelle, wo das Ventil eingeschlagen hat. Aber es ist nur minimal. Hier sieht man es vielleicht am besten so ein bisschen in dem Glanz. Es ist natürlich eine Katastrophe, dass das jetzt passiert ist. Aber im Wesentlichen merkt man da auch nichts. Ich gehe nochmal mit dem Fingernagel ein bisschen drüber. Ich weiß nicht, ob da irgendwas ist. Man merkt halt einen ganz leichten Kratzer. Aber das ist... Naja, also ich würde es jetzt einfach mal ausspülen, ob er wieder fährt. Wahrscheinlich wird er wieder fahren. Die Ventile müssten wir uns auf jeden Fall nochmal anschauen. Aber ich denke dazu mehr einfach im nächsten Video. Ob das jetzt ein kapitaler Motorschaden war oder nicht. Das werden wir dann sehen. Aus Fehler lernt man, oder? In dem Sinne... Bis zum nächsten Video. Und abonnieren nicht vergessen, ne?